servus freunde der unterirdischen unterhaltung ja als erstes mal entschuldigung das ist nicht wie gewünscht jetzt die ein video zur secret ss factory da muss ich noch ein paar sachen zusammensuchen und ins deutsche übersetzen und klar und plupp das dauert noch ein bisschen und das ist aber auch noch nicht das 500 abo spezial da wollte ich nämlich in die natur fahren aber das hat sich wetter technisch bisher auch nicht so wirklich angeboten und da habe ich mir gedacht ich mache wie immer was anderes und zwar sehen wir hier eine us-karte wir befinden uns jetzt hier östlich von espenfeld und sehen hier wie auch eingetragen underground tanks diese unterirdischen tanks kann man heute noch auf dem luftbild sehen das ist jetzt relativ was normales aber wir folgen einfach mal den leitungsverlauf und zwar geht er einmal hier richtung osten richtung anstatt hoch an der straße hier entlang aber das ist nicht so interessant den wollen wir jetzt gar nicht weiter verfolgen sondern wir wollen den weiteren verlauf richtung westen richtung westen richtung espenfeld folgen das heißt wir müssen jetzt ganz genau aufpassen und immer dieser gestrichelten linie hier folgen ich muss da auch immer ein bisschen hin und her klicken so das funktioniert schon mal und ja da folgen wir einfach hier weiter so die leitung geht durch espenfeld durch macht dann hier ein mixer und ist eingezeichnet als underground pipeline hier an der stelle überquert sie dann die wilde weise das heißt wir befinden uns hier schon das müsste schon der bienstein bereich sein das ist hier dann nach normaler zählung 1 bis 1 bis 12 und hier 13 14 15 und hier dann 16 bis 25 hier vorne ist irgendwo harris hang genau und ja wir folgen jetzt einfach mal dieser leitung die dann hier neben der wilden leise wilden weise entschuldigung weiter verläuft hier entlang genau die andere richtung wollte ich und ja die macht dann hier nach oben geschlenker aber den lassen wir jetzt erst mal aus das heißt wir gehen jetzt erst mal hier weiter das heißt nachts muss ich selber gucken genau sie verläuft hier weiter hier so lang und geht dann hier weiter was allerdings auch noch interessant ist in diese drei eingezeichneten bauwerke hier und das da komme ich vielleicht ein andermal noch dazu so genau wir folgen jetzt der leitung weiter hier entlang hier ist wölfes das heißt alles auf dem truppen übungsplatz gelände das kann sich jeder ja in ruhe dann nochmal nochmal angucken hier auch wieder zwei bauwerke eingezeichnet und und geht dann hier nach oben richtung drachen teich hier drüben das ist dann schon das truppen truppen lager vom truppen übungs platz ortruf hier steht auch noch athletic field gut ich kann ja mal ein stück rüber gehen da ortruf das hier ist das alte truppen lager und ja hier am trachenteich auch wieder ein paar nette eintragung von gebäuden und noch ein aktives bergwerk ist hier auch noch eingetragen schön an diesem symbol hier zu sehen also kein altbergbau sondern aktives naja gut machen wir mal weiter die leitung geht dann hier weiter das macht ja auch noch alles sinn so dann geht sie hier lang richtung truppen lager rüber macht auch alles sinn und geht dann am truppen lager genau immer neben der ora entlang hier weiter hoch ist ja etwas schwer zu sehen geht dann hier an diesen großen stausee stauteich ich weiß gar nicht mehr was das ist geht sie weiter auch hier oben noch ein aktives bergbausymbol aber das könnte auch oberirdischer abbau sein keine ahnung hier auch noch mal ein paar gebäude eingezeichnet so die leitung geht dann jetzt aber weiter hier drüben lang hier am heimberg da hatte ich schon mal ein video zu gemacht zu dem heimberg also auch nicht ganz uninteressant dass ich hier lang geht geht dann hier wird auch runter ich glaube hier drüben da wo sie den knick macht war auch irgendwo der erdfall hier an der ecke bin mir jetzt nicht ganz sicher aber doch erdfall musketierberg das müsste hier irgendwo gewesen sein dann hier noch ein tower eingezeichnet so dann muss ich wieder ein stückchen runter gehen genau jetzt geht die leitung richtung flugplatz immer weiter ne falsche richtung genau hier hier nochmal musketierberg so dann geht die leitung hier weiter jetzt schnurstracks gerade am flugfeld entlang und das dürfte auch das flugfeld sein wo martin in der einen doku gemeint hat dass da noch ein unterirdischer hangar ist mit 200 ölfässern etc und ja jetzt geht sie wieder hier runter nochmal gerade dann hier wird sie jetzt schon wieder so ein bisschen naja freie schnauze sage ich mal geht dann hier weiter jetzt muss ich genau nach unten so wie gesagt hier nach dem flugfeld geht sie hier lang schlägt hier so ein schlenker richtung großen tambuch ein verläuft dann hier oben am großen tambuch entlang macht auch sinn weil hier auch hier gutshöfe und sonst was waren hier gut ach keine ahnung welches scooter war ich komme jetzt nicht drauf und geht dann weiter hier am westlichen tambuch rand entlang macht dann hier unten aber nochmal einen schlenker genau hier geht nochmal in den tambuch rein und verläuft dann hier wieder irgendwo ja genau er kommt dann hier wieder rein genau bei der wilden weise das ist hier hinten ungefähr die ecke ja das ist ungefähr die ecke hier sind die russen bunker auch irgendwo in der ecke ja genau hier so irgendwo ich glaube das könnte sogar einer eingezeichnet sein bin mir aber nicht ganz so sicher ja und das finde ich halt doch relativ interessant habe ich mir gedacht vielleicht hilft das in allen vielleicht hat er dann eine idee aber wie gesagt diese wasserleitung werden sie ja nicht zum spaß so gelegt haben das hat ja alles irgendwie einen sinn ansonsten hätten sie die einfach nur von a nach b quer irgendwie hin und her geführt gut wir können jetzt nochmal gucken wo die in richtung anstatt verläuft oder beziehungsweise endet das ist hier das sind wir wieder bei diesen underground tanks und geht dann hier genau an der gera nach oben und geht dann hier ja irgendwo in anstatt entweder hier rein oder hier drüben weiter richtung richtung oberndorf das ist jetzt wieder so eine so eine geschichte ne sie stückelt sich nochmal die geht einmal hier rein und geht dann noch hier weiter und dann ja genau geht sie hier weiter underground pipeline hier sind nochmal eingezeichnet genau und geht dann da außerhalb anstatt weiter ja gut hier ist auch noch mal ein offenes bergbau symbol und das kann aber auch daher rühren dass das irgendwelche na so kies abbau war aktiver kies abbauen dass die amis das irgendwie als bergbau mit ein symbol ich weiß es nicht aber laut meines wissens war da ich weiß es nicht ob da was unterirdisches war keine ahnung ja was hier interessant ist hier sieht man auch noch schön leider nicht in die andere richtung stromleitung von der substation sieht man hier wie die stromleitung verlaufen das ist auch nicht so ganz uninteressant da geht die eine leitung genau nehme ich auch ja immer weiter hier runter leider gehen sie nicht richtung truppenübungsplatz das hätte mich sonst auch noch mal interessiert ja gut da will ich jetzt auch gar nicht so lang machen kann sich jeder in ruhe nochmal anhalten die bilder und angucken und ja bedanke mich und dann bis zum nächsten mal wir었다 schlug